Herzlich Willkommen bei Andis Zungen Aquaplaning. Wie gestern versprochen, heute gibt es einen meiner absoluten Highlights, was Würstelkompositionen betrifft, nämlich den Bosner. Ich habe da schon einiges vorbereitet, bzw. geht das ganz schnell in die Pfanne, wenn man da reinschaut, auch ein schönes Brotwürstel. Ich habe hier dünne Brotwürstel, weil die sind schnell in der Zubereitung und schmeckt mir besser als ein dickes Brotwürstel. Ich will mir gerne lieber zwei dünne Brotwürstel in Bosner und alles dazu, der Bosner Sauce, Zwiebel, etwas Petersilie, natürlich Currypulver, ein scharfer Senf und was ich noch gerne reingebe, ist ein bisschen Honig. Der Honig kommt sehr gut mit dem Senf und mit dem Curry. Das Ganze einfach nur vermengen. Hoffentlich passt es. Wenn jetzt einer sagt, nein, das ist mit dem Honig, das ist mir gezielt, das mag ich nicht, dann lassen Sie den Honig ganz einfach besser, das ist eine felle Furst. Aber ich sage Ihnen eines, probieren Sie das. Der süße Honig-Schmack mit dem schwachen Senf kommt sehr gut. Noch ein Tipp, wenn Sie den Bosner machen, dürft ihr jetzt eine herkömmliche Hotoglauerl genommen, einfach aufklappen und diese immer ein bisschen antasten, dass das knusprig ist. Wenn du reinbeißt, hast du das flauschige Hotoglauerl und beißt dann auf diese knusprige, getostete Innenschicht und auf die herrlich bradene Bratwurst. Einfach dann nur mal da unser Zwiebeln, das ist ein bisschen, nein, ich will jetzt schon, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich habe schon dazu geplant, ich halte es nicht mehr aus. Da einfach nur diese Curry-Sons aufgeben, dann ist es wieder nicht antroffen, da ist der ganze Geschmack drinnen. Da gleich aufgelingen, zwei Stückchen, wie gesagt, schön dunkel gebrochen. Hoppla, ich habe mir die Finger, ich habe mir jetzt schon Zwiebeln aufgelenkt. Ich habe jetzt schon Zwiebeln aufgelenkt. Steht das da bei Wort Viertel.